PS5 Oh, endlich, endlich sind wir sie Lange unter Verschluss und jetzt in den nächsten Sekunden Erfahren wir wie die PS5 aussieht Sie verbirgt sich darunter Wie geil ist denn diese Präsentation? Ein VW5 Oh, wow Das ist sie, Kauz Black and white Wow, come on, das sieht echt Kauz Nice Das hat was Das hat was abgespacedes Oh, crash Digital Edition, was heißt das? Das es keine Blu-Ray gibt Ein Headset, ein Media Remote Ein neues Media Remote Aber die Digital Version wird dann die Keine Blu-Rays unterstützen mehr Und wird es eine größere Festplatte geben? Und wir haben Jahre langs Arbeit in den Sie machen sie Wir wollen Sie Enjoyieren die Unikente Die 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 und wir haben viel mehr zu tun. Willkommen zu Playstation 5.